servus leute und hier noch mal ein win in call of duty ich bin phoenix viel spaß damit ich bin auch raus also ich weiß das feiern die voll weil auch bounty da ist aber die feiern superstar voll auf geht es auf geht es nicht nutzen also ich lasse mich wieder mit der blick wir müssen nur vor smiler angst haben die anderen die machen am besten noch mit zuerst meiler und der rest passt dann landen wir jetzt auf dem eckhaus oder bei der lupe runterkommen also 654 und reißen welche hier kommt welche runter hinter mir auch noch hier drüben ist einer chill break genockt langsam machen ein flugzeug ja okay meiners down also komplett was zusammengehen lasst du lupe gehen hinter uns im eckhaus ja hier nicht im eckhaus sondern hier drüben chill break genockt genockt habe ihn auch ist aber noch einer da drin ne das wisst ihr also hier vorne ist einer hoppala wenn man sich sammeln ja doch 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 ich mache ich mache ich mache gerade so ein bisschen aufpassen ich weiß hier ist einer also auch schon ping war einer über uns ich war's ich was und zu euch jetzt wenn ich trappte eine platte ich gehe hoch das wohl ist jetzt die kohle und dann laut das ist kaputt gegangen ich gehe rechts rein hier unten ist eine tote hier rechts ist dann auch hier rechts direkt hin auf geht es direkt zum shop würde ich sagen ich nehme es baut hier noch mit oder das shop gehen hinter mir oben drin und drin und drin da wies wieder ich abbekommen habe ich trapp meine kohle hier habe ich nicht tausend euro hier hier warte ich habe auch noch geld ähm drei ja das reicht mir nicht sollen wir jetzt bounty holen ja ja jetzt wollen wir bounty auf die platten kisten habt ihr gedroppt oder achso fuck schöner start jetzt bei euch muni technisch aus ich bin voll ja ich kann nicht klagen ich kann auch klagen drei viertel drei viertel also ich bin nicht komplett voll aber fast ja ich habe auch 20 und das ist ein bisschen gegen ich glaube ich bin auf dem parkdeck über uns fallen landen ein das gebiet da habe ich auch ich sehe jetzt hier ja hier im haus und hinter den hallen ist auch noch einer und drin war nicht insgesamt der andere sind mein heim noch wie auch im haus auch hier bei mir ich habe nur zwei toten köpfe gesehen aber ich habe mal die kohle dass wir notfalls gleich holen aber wenig schafft es ja 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 ich sag ja nun ist zur not von wo kann der schuss hinter uns die richtung irgendwo werden wir beschossen von irgendwo das muss von 62 ungefähr kommen da gehen wir zum bounty kommen die zu uns gerade ich bin ja ich noch der rote ping auch da linke habe ihn genockt einer muss noch da sein wenn wir nicht noch einer hinter den situs ja eigentlich schon den ich sehe nicht hier war es irgendwo aber er hat gepiekt wo 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 das geht nicht der helixer jetzt blauer ping da piekt er immer wieder links von der leite ich habe fünf noch warte mal ich kann dir was geben wissen du hier wenig ich komme wieder nach hinten ja weg danke ja das ausweichen die drohung ist mittel hier oben hier oben grün aussehen gehen ja die äußeren sonst können sie uns getroffen ja das ist ja darum grüner ping ich weiß nicht was ja und er war doch genau irgendeine hatten genockt hundertprozentig okay okay dann kein selb kohlen der mann ja dran wegen links die haben links zwei links im haus hier haben wir die porsche das hat sie vier und ich habe noch totenstelle habe ich es ist eine betäubungsgranate explodiert gegenüber woher kommt leute und raus auf geht's ich habe nur noch man hat kein airstrike hinkommt ja deswegen habe ich das gerade gesagt kommt einer runter nimmt auch direkt munition mit obwohl wir glaube ich alle haben hoch aus piek mal keiner wenn wir flacke machen ich würde fast hier links rum wenn dann gehen oder rechts rum dann lass rechts rum oder versuchen richtung berge zu kommen wenn ich lasse berge gehen ja das hat diagonal gehen vielleicht schaffen schon die zonen das ist nicht irgendwas zu werfen ist immer toll noch mal kohle direkt vor mir ist weggerannt mehrere glaube ich achtung rasch ist leer also mal gucken ab hat den heartbeat noch was jetzt müssen wir rufen ich habe mich nur gewundert weil ich nur ein auf dem heartbeat hatte und der solange break ja ich weiß der macht mich fertig hier oben hügel ich bin kurz das ist so ich kann nicht das schlimmste an der die lmgs grad also ich weiß nicht ob es mir so vorkommt die waren so krass ganz am anfang als das spiel gerade rauskommt es war ein multiplayer die pkp-meta also hat jeder schon im vier diese scheiße gespielt ja richtig lächerlich ohja ich nehme die waffe noch mit die platten habt ihr separat ich habe fünf extra kann mir jemand ein zwei platten geben dass ich einfach auch was hat er war da ich habe schon ich will auch wenn ich will auch ein wind antun die sind nicht oben drauf naja, die sind hier unten Orangenopping, Orangenopping, Leute Einer down Einer down von denen Marker bitte Hinter mir Kommt noch einer Du hast ihn noch gemacht, oder? Ich hab seinen MP5, glaube ich Patrick Das hab ich nicht gemacht, ne Ich hab den Affen, Inc Affe, Affe irgendwas Okay Soll ich eine Flagge machen? Ja, okay, war ich nicht Boah, wir haben alle Eine Million Kohle, eine Million Kohle, Digga Ich hab zwar keine Perks Aber die Waffen, die ich hab, sind ganz okay Ich glaub vor uns hier unten in der Dings ist glaub ich grad einer runter Boah, nerven die Kisten immer so Hier ist nochmal eine Totenstelle, Leute Weiß nicht jemand noch Lass mal gleich mal schauen Ich hab speziell noch dabei Nockt Aber werden von rechts unten abgeschossen Und wo? Da unten ist einer Lauer Nockt Finish Noch einer Chill break Chill break Ne, die andere ist LKO, nicht finish Lass mal pushen, oder? Ja Da müssen aber noch mehr sein Hier in der Feuerwehr Da unten läuft er Auch da an der selben Stelle Selben Stelle Einer Abschluss hab' ich grad bestätigt Der Slow, der Slow, der Slow, der hat nix mehr Feuerwehr glaub ich auch, Feuerwehr Aufpassen auf der Feuerwehr Einer hier in der Garage Ach man Feuerwehr einer Ja, Feuerwehr einer Ja, der kämpft da oben Ich probier auf das grüne Haus jetzt zu kommen Krass Die Schaft könnte mich sogar nochmal holen Ja, ja, lass mal Fenix rein probieren Aber chillt erst Also erst wenn's safe ist Habe ich ihn grad oben drauf gesehen? Habe ich ihn oben im Turm vielleicht gesehen? Nö Omen im Turm auch nicht? Nee Nee Das ist die Schuss Also ich zwitschgrafe Ich baue ich hin und her Aber es sieht Dann weiß ich nicht wo er ist Aber zwei Maschinen zurück Ich hab' einfach keine Schilde mehr Check, check, ich geh'n kaufen Genau Schau du lieber runter auf den Patrick Dann kann Patrick Ich hab' noch Kohle dort Ich würde auch mal gleich ganz gerne selfless Ja, ich auch Und dann Wenn ihr könnt Achso, ja, ich stoppe Ich hab's auch noch gelb Ich hab' noch gelb Ich hab' noch gelb Hier sind auch noch Platten Hier sind auch noch ganz viele Platten, ne? Äh, Bini, du hast nicht Kohle gedroppt, ne? Nee, nee, ich dropp hier oben runter Ja, dropp runter, ich bin am Shop Okay, reicht, reicht, reicht Oh, hier liegt noch ne Drohne, hab ich das richtig gesehen? Das war ein zweiter Jungs Ja, check, check, ich komme Oh, ich werd' beschossen Oh, ich werd' beschossen Von wo wirst du beschossen? Von hier drüben Ich auch Ich auch Ich auch Ich geh' das aus hier hoch, ja Ich geh' das aus hoch Trinabhängig, da ist einer Ich hab' kurz mein Loadout Er ist jetzt drinnen, jetzt ohne, der sitzt jetzt da Sollen wir, sollen wir hier hoch? Ich apologise Erst はい Ich drive' mir ehrlich gesagt Einen, der ist jetzt drinnen, Integrity Ja Ionakt Ja Wie heißt esation? Ja Der ist noght Aber Ja Nur noght Tut Wo verschanzen dich ist? sich müssen aus der bürger wurde da gleich irgendwo rauskommen naja da raus im gebäude daneben ich werde beschlossen von 194 der flieger müssen ich glaube in der tankstelle glaube ich glaube auch ja da kommt einer k.o. nicht k.o. schildbruch hinter der topseite einer hustet da hinter uns ja easy auf geht's